Guten Morgen wünsche ich Ihnen allen. Weil es gerade vorhin in den Medien war, möchte ich kurz auf die Causa Wirtschaftsbund eingehen. Wieso ist mir das so wichtig? Weil ich denke schon, was jeder von uns erwartet ist, dass die gleichen Regeln für alle gelten sollten. Und ich gewinne aus den jüngsten Berichten den Eindruck, dass man da eben nicht diese Meinung teilen. Zum einen, ich bin mir sicher, dass fast jeder von Ihnen sich in einem Verein engagiert oder sich zumindest in einem Verein schon mal engagiert hat. Und ich kann Ihnen sagen, Ihr Verein hat mit Sicherheit eine wesentlich ordentlichere Buchhaltung wie der Wirtschaftsbund Vorarlberg. Weil ich sage, das ist das Normalste auf der Welt, dass jeder einzelne Euro, die irgendwo rausgeht, auch akkurat mit Belegen abgedeckt wird. Was wir aber in den Akten dieses Untersuchungsausschusses sehen, dass Bargeld wirklich im großen Stil, da gehen die Tausender nur so raus, wirklich mit Belegen dokumentiert sind, die nichts mit einer ordentlichen Buchhaltung zu tun haben. Und es stellt sich für mich auch die Frage, wenn man sich die Berichterstattung so durchliest, ob jetzt die Menschen in Österreich, die sich in Vereinen engagieren, vielleicht auch zum Vereinsvorsteher gehen und einfach mal sagen, könnte ich ein zinsloses Darlehen von 250.000 Euro bekommen für, Zitat, Anerkennung des Arbeitsaufwandes, das im Übrigen auch wieder mit einem Zehnzeiler belegt ist. So schaut ein Darlehensvertrag beim Wirtschaftsbund Vorarlberg aus. Ich denke, dass das so sicher nicht abläuft und das ist auch gut so. Denn was ich heute gelesen habe, was man aus den Akten erkennen kann, das macht mich wirklich sprachlos. Denn das Wirtschaftsbund-Tool, so wie ich das nenne, ist ja schon fragwürdig an sich. Aber das, was wir hier sehen, ist wohl auch, und das ist wirklich eine neue Facette, dieses Wirtschaftsbund-Tool, wo man auf der einen Seite um Inseratengelder wirklich auf dubiose Art und Weise gepult hat bei Unternehmerinnen und Unternehmern, auf der anderen Seite offenbar auch als Selbstbedienungsladen für die eigenen Funktionärinnen und Funktionäre fungierte. Denn die Chefs des Wirtschaftsbunds Vorarlberg haben sich wirklich auf dreiste Art und Weise sich selber, ja, buchstäblich die Taschen mit Geld gefüllt. Und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was ich dazu sagen soll. In meinen Augen, das ist keine Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmern, das ist eine Interessenszertretung. Und weil wir hier im Untersuchungsausschuss sind, möchte ich schon hinzufügen, die gute Nachricht dabei ist, diese Machenschaften fliegen auf. Sie werden auch anderenorts auffliegen. Wir werden sie aufdecken. Und sollte eine andere Organisation in Österreich noch auf ähnliche Art und Weise agieren, dann würde ich mal meinen, räumen Sie besser selber, rasch selber auf. Denn wir werden es finden. Nun zum heutigen Tage und zu den heutigen Befragungen. Bei der ersten Auskunftsperson handelt es sich ja um Staatsanwalt Bernd Schneider, der, das wissen Sie noch aus dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, sich vor allem mit der Hinterbühne des Ibiza-Skandals beschäftigt hat. Und letztendlich sind wir im Jahr 2022, bald jährt sich der Ibiza-Skandal um drei Jahre. Wir wissen, ist ein Mordsaufwand betrieben worden, um die Hintermänner sozusagen aufzudecken, etliche auf fragwürdige Hauszusuchungen getätigt. Aber viel davon übrig geblieben ist ja nicht. Von was sehr viel übergeblieben ist, ist das nicht von der Hinterbühne, sondern auf der Vorderbühne. Da stand nämlich die Republik vor dem Ausverkauf. Und wie wir wissen aus den Akten und hier auch täglich hören, wurde munter Posten geschachert. Und ja, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurde in den Ermittlungen für diese Kausen auch behindert. Und als zweites kommt Linda Poppenwimmer als Auskunftsperson, ist Ihnen auch alle bekannt. Wir würden sagen, sie ist ein ganz wichtiges Element bei den oder für die Attacken auf die unabhängige Justiz, die wir vor allem unter dem Altkanzler Kurz erleben mussten. Und ja, da kann man wohl auch salopp sich fragen, wenn man sich die Chats so anschaut von Linda Poppenwimmer. Gab es da vielleicht mitunter auch ein Dreieck Poppenwimmer, Fuchs und Einäder? Das versuchen wir jedenfalls heute herauszufinden und sind gespannt auf die Auskünfte von Linda Poppenwimmer.